1 2 2 3 4 3 4 5 6 7 5 7 8 10 14 14 14 15 15 Das ist so kacke, wenn dich einmal einer ge-caged oder gecharmed hat, bist du eigentlich fast sch... also bist du eigentlich dead. Ah, nervig. Dead ist echt alt. Bisschen stark. Und dead. Insane, diese Weiger, ne? Damit kannst du durch Wände laufen, deswegen... Ich will auf die drei drauf flischen. So sehr. Geht's aus? Einer schonmal? Zwei schonmal? Gibt's doch nicht. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was uns geslowed hat. Ja, Ari ist hart am Limit. Ja, die sind irgendwie alle dauer-low. Nice. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Buhh, Dyn ist auch hart am Limit. Einfach mal ein paar Leute ulten, irgendwas passiert. Das Game ist übel ernüchternd gerade. Das macht gar keinen Fun. Es ist einfach, wenn die dich einmal im CC oder irgendwas haben, dann bist du noch begeistert. Ja, und auch ansonsten haben wir einfach keine Chance. Ich habe null Range, ich komme nicht dran, ohne tot zu sein. Bei ihr Team ist das extrem. Krass. Ja. Guckt es an, wie wir auseinander genommen werden. Ja. Instant dead. Ja. Wir haben halt so richtige Arsch-Champions. Hauptsächlich ist nur das CC. Dann kannst du schlafen gehen. Ja. Was du morgen auch produktiv bist. Ja. Ja genau, das Item macht dich und Sieg gar so Trainer mehr Ulti. Und nach 4 Sekunden stirbst du, jedes Mal. Und wieder Tosh. So viel CC. Und die sterben halt nicht. Die sterben halt einfach nicht. Ja, das ist krass man. Ich hab halt einen Willen. Blasten. Ich hab halt einen Willen. Blasten. Oh mein Gott. Nicht mich. Okay. Wann ist eigentlich der nächste Outlive-Abend? Hat der Silas auch schon gefragt. Müssen wir einfach mal. Ja, sagt einfach mal ein Wochenende, wo ihr Zeit habt. Vielleicht das übernächste. Das ist das Problem. Ja. Nein, wir finden schon was. Ja, habt ihr unter der Woche auch Zeit, theoretisch? Ja, dienstags am Donnerstag. Will ja auch gehen. Hätte ich abends Zeit, ja. Ja, auf der Woche hätt ich ja Zeit. Ab nächsten Tag muss ich ja nicht essen. Wir müssen auch das Viech füttern. Ja. Wie ist die Mami aus? Der Holz ist explodiert, sind ganz kleine. Ja. Ist auch bei Poros so. Voltet die denn jetzt einfach. Nee. Ja gut. No ja.